Musik Mit der Zeit stellte ich fest, dass ich nur noch Menschen traf, die ich bereits kennengelernt habe. Aber seit ich angefangen habe, Summoner's War zu spielen, habe ich so viele neue Leute kennengelernt. Es ist einfach toll, sich über das Spiel auszutauschen und dabei neue Leute kennenzulernen. Soll ich dir erzählen, wie ich gewonnen habe? Ich verwende Oliver für den Speed-Lied und um Fähigkeiten meiner Gegner zurückzusetzen. Miles ist stark in dieser Synergie, weil es seinen Schaden von seiner Geschwindigkeit abhält. Juno, um Immunität zu entfernen und Geromus, um mit schädlichen Effekten klar zu kommen. Genau wie in den letzten 10 Jahren weiß man nie, was die nächsten 10 Jahre bringen werden. Vielleicht könnte ein Spiel Teil eures Lebens werden. Musik 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 ARD Text im Auftrag von Funk